Yo Swords Leute, seid ihr herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute, heute gibt es mal wieder eine Reaction, wir machen Errate den Song an einer Line, 7 Sekunden Zeit, um den Song an einer Line zu erraten, Video stoppen ist verboten, ich versuche mich dran zu halten, ich versuche mich dran zu halten, Ufo steht schon im Titel, Kappi steht im Titel, Deutschrap Edition, natürlich, ich bin gespannt, an einer Line erkennen, Leute, das ist, es könnte auf jeden Fall sehr kritisch werden, könnte sehr kritisch werden. Du, du Schätzer, du kannst viel, aber man sein nicht, Apache, der Gangster, der ab und ein sein hat, ne ne, kein Problem, ne ne, kein, ich denke, das ist Apache mit kein Problem, oder? Apache, Brot nach Hause war das nicht, ich bin zwischen Brot nach Hause und kein Problem, ich sage, es ist kein Problem, oder beides, ich sage beides, egal, eins von denen. Du Bastard, du Schwätzer, du kannst viel, aber man sein nicht, Apache, der Gangster. Junge, Junge, erster Punkt ist auf jeden Fall direkt da, hol mir direkt den nächsten, hol mir den nächsten Mann. Ich muss auf Pause drücken, wieder mal der Beste, Beste bin geiler, Digga, ich beng, und beng, beng, wie ging's nochmal? Wieder mal der Beste, Beste bin geiler, Digga, ich beng, du denkst, es war einfach, komm, da ne Weiber, ne Leiter, geh ich hoch, aber Mermi, Flo war auch Fußballer, los, baller, wo sind deine Jungs, wo? Komm nur mit Volo 6-2, baller, lo, 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 los. Von Mero. Easy, easy. Nächster. Nächster. Auftragskiller. Ich muss immer dieses Bild betonen, ich muss auf Pause drücken. Auftragskiller, russische Banditen, X, SS, war das nicht SS Schiebedach, russische Marine. Das ist auf jeden Fall Kappi, Kappi und Samra mit Bellinib 2, Junge, wenn der richtig ist, ne, ich bin krank. Haha. Ich dachte, Schiebedach, sagt er, okay, aber okay, der war auch easy, Leute, der war wirklich einfach. Nächster, komm. Das erste Date, das erste Bild, der erste Kuss. Das erste Date, das erste Bild, der erste Kuss. Oh mein Gott, Leute, das ist ja mega einfach. Das ist Nemo. Ich bin gerade zwischen zwei Liedern von Nemo. Komm, egal, wir können beide sagen. Entweder ist das Nemo mit, äh... Wie ging das? Lösch meine Nummer, lösch meine Nummer, nananana, oder das ist Nemo mit Hava, äh, kein Schlaf. Eins von den beiden ist das auf jeden Fall. Junge, der hat diese Sekunden. Tschüss. Ja, okay. Das ist ja, lösch meine Nummer, ne, Karma heißt der Song. Ich nenne den immer, lösch meine Nummer, okay. Leute, wir haben einfach alles richtig. Leute, ihr müsst natürlich... Ihr spielt gegen mich und schreibt auf ehrlich, aber, ob ihr schneller seid, wie viele Punkte ihr habt. Seid aber ehrlich. Ja, ich gebe alles aus, Bruder. Nein, ich bin nicht sparsam. Ja, ich gebe alles aus, Bruder. Nein, ich bin nicht sparsam. Okay. Der war schwer. Der war schwer. Ja, ja, was? Wie, wieso, du... Jetzt auf Ernst? Ich würde jetzt wirklich auf Ernst... Nein, als ob... Als ob er jetzt Shubi A Cappella da reingepackt hat. Nein. Das wäre auf jeden Fall... Nee, nee, denke ich nicht, weil das ist schon älter. Ich würde sogar Gringo oder Shubi A Cappella sagen, weil die einfach immer irgendwas reinlabert in den Text, Alter. Bei Shubi nicht verständlich, bei Gringo kein Zusammenhang. Wenn es jetzt Gringo ist. Okay, der war aber auch... Das war aber auch klar, weil... Okay, der war gut. Okay, er sagt ja wirklich etwas, was man nicht verstehen kann, okay? Okay. Der war, der war gut. Sie holt sich ein Ticket, Ticket, denn sie will es. Will es auf Tour. Wer macht denn sowas? Wer schreibt denn sowas? Ich weiß nicht. Sie holt sich ein Ticket, Ticket, denn sie will es, will es auf Tour. Auf der Bühne meine Stimme, Stimme, Bruder, Chile, Chile, Transo. Schade, ich habe gerade jetzt alle Hater bluten, weil ich bin wie Salz in deiner Wunde. Alle Hater bluten, weil ich bin wie Salz in deiner Wunde. Das ist Kapi, wegen Salz in der Wunde. Aber auch wieder mit Samra. Kapi, Samra, ich würde Tillidin sagen. Doch, das ist Tillidin. Junge, den Song, wie oft habe ich mir den gegeben? Junge. Und dann kam Berlin-Leb 2 einfach mit dem Song. Alle Hater bluten, weil ich bin wie Salz in deiner Wunde. Kalte Sommer, heiße Winter, Geld, fein Frauen, Kinder, heiße Kalt. Alles, ich bin gut. Ich bin gerade gut. Auch wenn wir zwei, drei Stück nicht wussten, ist das eine gute Leistung, Mann. Ich bin nicht mehr saufen, alles, was ich weiß, Liebe, kann man sich nicht kaufen. Ich bin auch ohne Autotune ein Gesangstalent. Ich bin auch ohne Autotune ein Gesangstalent. Wer benutzt denn viel Autotune im Deutschrap? Ich bin auch ohne Autotune ein Gesangstalent. AZ? Ich bin auch ohne Autotune ein Gesangstalent. Motiviere meine Gang wie ein Football-Coach. Boah, das ist aber auch das. Was war das für ein Beat? Okay, den hätte man wissen müssen. Der war nicht schwer. Der war echt nicht schwer. Alles, Sandra am Rosio. Tanz im Club auf Italien. Tau dich. Disstrack gegen Disstrack. Für den Shit würde ich draufgehen. Für den Shit würde ich... Wer sagt denn sowas? Wer hat denn sowas gesagt? Disstrack gegen Disstrack. Für den Shit... Ne. Disstrack gegen Disstrack. Für den Shit würde ich draufgehen. Boss Aura 2. Du kannst es nicht mit mir aufnehmen. No way back. Na okay. Hätte ich ein bisschen... Wäre noch besser überlegt, dass es um Disstrack geht. Kommt noch was? Okay, das war's. Joa, wir waren gut. Ich habe jetzt meine Punkte nicht zusammengezählt. Aber schreibt mal gerne eure Punkte rein in die Comments. Ich fand mich eigentlich solide. Gut mitgemacht. Ich denke mal die Hälfte. Ich würde sogar sagen mehr als die Hälfte wusste ich. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Glocke aktivieren. Haut rein Leute und ciao.